So, da kommt mal wieder ein kurzes, knackiges Video von mir, nämlich ich werde jetzt live sein auf Twitch. Aber bevor ich damit eigentlich schon die wichtigste Info vorweg bekannt gegeben habe, erstmal Dank an alle, die von YouTube rübergekommen sind zu Twitch und mich auch da unterstützen. Ihr seht oben, die Subs sind da, die Bits sind da, da hat der Hans einen Bit gegönnt. Grüße gehen auch an der Stelle raus, aber es geht nicht darum, wie viel es ist, sondern die Geste an sich. Also erstmal danke nochmal an Monkey für den Sub, aber erster Sub ist auf jeden Fall Schleuderhafe. Des Weiteren, die ersten 10 Subs, die bei mir auf dem Kanal dann sind, bekommen noch ein extra Emblem. Also wenn ihr Subs sein wollt, dann beeilt euch, weil wie gesagt, nur die ersten 10 bekommen dieses Abzeichen und danach eben nie wieder. Also nie wieder. Also haltet euch ran und wie gesagt, vielleicht sieht man sich ja gleich im Stream, wie ihr im Hintergrund seht. Wir werden ein bisschen Warzone spielen, ich habe heute schon mal ein bisschen angefangen. Also Level 49, klar, habe schon ein bisschen mehr gemacht, aber halt heute, wie gesagt, erst mal richtig angefangen im Stream. Macht eigentlich so ganz, macht schon Laune. Also muss ich schon sagen, weil in Fortnite ist, finde ich so ein bisschen die Luft raus und so ein bisschen Abwechslung schadet nicht. Also wenn ihr mich auch auf Twitch supporten wollt, hier gerne vorbeischauen. Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Ansonsten sucht mich einfach bei Twitch unter yt-familyhack. Guckt natürlich gerne, wenn ihr noch ein bisschen Support da lassen wollt, meinen Creator-Code eintragen. Auf Ehre. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis gleich.